Musik für mich ist sehr gut. Ich höre Popmusik sehr oft. Für mich das ist gut. Ich höre auch Popmusik, wenn ich Hausaufgaben mache und wenn ich allein bin. Ich höre Musik auf dem Handy mit meinem Kopfhörer, wenn ich Hausaufgaben mache. Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich Musik höre. Ich höre Musik, wenn ich mich morgens klar mache und wenn ich in der Dusche bin. Ich höre auch Musik, bevor ich ins Bett gehe. Ich höre auch alte Popmusik mit meinen Eltern beim Autofahren. Dann können wir zusammen merkwürdig sein. Ich kann auch Filmmusik hören. Das ist gute Musik und ich mag am liebsten Filmmusik. Ich höre Musik von Disney und Star Wars, aber auch allgemein Popmusik zum Beispiel Queen und Volbeat. Ich finde das ist gut. Meine Freunde mögen, ich höre merkwürdige Musik. Am meisten finde ich, dass Musik Leute zusammenbringt. Ich finde Popmusik sehr lustig und Spaß. Das ist auch sehr gut für mich. Ich finde Popmusik gut, viel, es gibt Reime und eine Melodie, die man sich, light, merken kann und verschiedene Themen in die Texte. Ich habe auch Konzerte gesehen. Es war lustig. Ich habe Joey Moe gesehen und es war Spaß. Ich finde Konzerte sehr gut und lustig sein. Ich habe auch ein Konzert in das DR Konzerthaus mit Harry Potter gesehen. Es war mit den Filmen und ein Orchester spielte die Musik. Es war ein Erlebnis. In London habe ich Der König der Löwen als ein Musical gesehen. Es war sehr schön. Der König der Löwen ist mein Disney Lieblingsfilm. Es gibt die beste Musik und ich mag die Musik. Mein Lieblingslied ist Zeitbereit. Unsere Zähne sind glatt wie sein Leid. Seid bereit!